Ich bin Josef Dörfel. Ich bin Jonas Dörfel. Wir möchten Ihnen gerne den Betrieb zeigen. Wir sitzen alle im Büro und warten auf Ihre Aufträge. Auf verschiedenen Maschinen biegen wir dünn und auch dicken Draht. Manche Maschinen haben Papa und Opa selbst gebaut. Auf den Pressen, Stanzen, Prägen und Lochen wir Drahtenblechteile. Auf den Bearbeitungszentren können wir bohren, fräsen und Gewinde schneiden. Das ist mein Badenonkel Robby. Er kann gut schweißen. Wenn es zu lange dauert, nimmt Papa den Roboter. Schön, dass Sie uns besucht haben. Tschüss!